ja aber zum unterricht gegeben bevor ihr wieder diese quest annehmen das dauert natürlich immer zu lange ja ich will mich gut so wie was schaffen wir es eigentlich nicht ich bin zu überlegen ob ich das schaffe oder nicht in der halben stunde müssen jetzt wieder im unterricht sein da 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 so so bei uns das mit dem man bitte in Ruhe in der Schläger wollte an ein ein Das ist nicht mich. Ein Schatten. Okay. Hallo? So, irgendwo den Feuerwerk. Oh, die verfolgen wirklich alle beide noch. Nervt nicht, nervt nicht, nervt nicht, ich will den Unterricht. Biologie, oh! Biologie hab ich natürlich immer gern gemocht. Hallo, Kinder! Willkommen in der Welt der Biologie! Ich hoffe, dass ihr alle starken Körper haben. Und noch einmal nehmen wir... Achso, wir müssen jetzt... ...den S hier festklammern. Dann nehmen wir hier ein Messerchen. Machen wir schön gerade einen Schnitt hier rein. Zack. Achso, da. Hä? Okay, unten auch noch. Oh, wir müssen alles hier rausnehmen. Ähpah! Achso, mit der Pinzette... MÄH, lecker! Also, für jemanden, der sich gucken will hier, soll er gerne umschalten. Ähhh... auch kommen nicht dein ernst oder für die am frische das herz was wir jetzt hast du den magen jetzt auch noch rausnehmen haben etwas zeit nein so gleich jetzt auch noch die eingeweihte ist ja auch nicht so dass es jetzt so nervig ist aber wohl macht schon einige spaß so ein bisschen unterricht mitzumachen hier kommen die noch die blöde pinzette die anderen beiden fächer mich verhauen muskelschweig ja komm wir gehen zurück wir gehen zurück bekomme ich denn geld von dir oder was bekomme ich das ist ein schul outfit warum magst du mein outfit du warst doch gerade drin und jetzt bist du wieder draußen ich habe mich keine lust mehr auf ärger hier ich habe mich keine lust mehr auf ärger hier wo muss ich eigentlich zurück zu bringen weil du hättest du eigentlich selber laufen können oder nicht komisch komischer kaufs der naja komm ein bisschen laufen tut dir auch nicht schwer ein bisschen rennen ach so komm mein unterricht beginnt gleich wieder wow wow 15 manis nice ich muss mich nach vorne halten direkt mit dem skateboard ich muss dann in die richtung halten ich habe die maus gar nicht bewegt damit er nicht aufs maul liegt ich habe den unterricht danach machen wir die mädels noch fertig was willst du denn jetzt ich höre deine mechanische klasse ich höre deine mechanische klasse aber ich bin nicht sicher dass ich es glaube ich bin du weißt du mich falsch ich mag dich Jimmy ich muss jetzt erstmal hier was ist denn jetzt in mathe ich höre jetzt nicht die einzige option oder physik oder sowas Musikunterricht Musikunterricht ok Musikunterricht ich weiß gar nicht was der da machen muss spielen Hallo Mädchen und Mädchen ich bin Miss Peters und ich werde deinem Musikleiter sein dieses Jahr schön und nun mit alt ok mit alt gr da information alt alt ok was jetzt hä Ah geil besser als Chemie Primitivwerkzeug warum muss das so lange gehen äh, 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 äh äh, äh, äh will die mich verarschen hier? Da kommen immer 50 Töne runter oder was? na so lange die Certainly machen können äh, 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 äh Perfekt! Jimmy, das war eigentlich auf Zeit! Great job! Ich regne! Ich bin wirklich unterbreitet! Was machen die denn da? Bekommt man nach 50% bei deren Aktionen da oder was? Unglaublich! Oh, das wollte ich nicht! Guten Tag, Mädels! Bitte, hoffentlich ist die Aussicht nicht gut! Da ist er! Ja! Machen wir die Quest dann nochmal! Oder was? Oder was? Oh, ist schon so lange! Ich muss gleich auf jeden Fall wieder einen kleinen Stopp machen!